Kaufen oder einkaufen? Unterschied zwischen kaufen und einkaufen. Einkaufen kann ohne Verb stehen. Es ist ein trennbares Verb. Und die Konjugation ist, ich kaufe ein, du kaufst ein, er, sie, es kauft ein, wir kaufen ein, ihr kauft ein, sie kaufen ein. Wir benutzen einkaufen, wenn wir viele Dinge kaufen. Zum Beispiel kaufe ich im Supermarkt ein oder ich organisiere eine Party und dafür muss ich einkaufen, weil ich Kerze, Geschenke, Getränke, Essen brauche. Der Einkauf, man bringt seinen Einkauf zur Kasse. Es ist schon spät, aber wir müssen noch einkaufen. Wir müssen schnell in den Supermarkt und einige Sachen kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen benutzt man mit einzelnen Sachen oder bei größeren Investitionen. Es braucht immer ein Objekt. Zum Beispiel, wenn wir genug Geld haben, kaufen wir ein Haus. Der Mann kauft seinen Kindern Geschenke. Ich kaufe nur eine Tafel Schokolade und einen Apfel. Übrigens, wenn man Kleidung, spezielle Gegenstände oder ein Geschenk in der Stadt sucht oder kauft, sagt man oft Schopen gehen. Wie zum Beispiel, wir müssen nach Schopen gehen. Ich brauche ein Geschenk für meine Schwester. Meine Tante ist gestern shoppen gegangen und sie hat ein unglaubliches tolles Kleid gefunden. Ich brauche ein Geschenk für meine Schwester. Bis zum nächsten Mal.